In der heutigen Session geht es darum, dass wir mit der Azure CLI einen Key Vault in Azure bereitstellen. Ich navigiere direkt zu meinem System. Aber dieses Mal arbeiten wir nicht mit der Cloud Shell, so wie ich es oft mache. Nein, dieses Mal arbeiten wir mit der PowerShell ISC. Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, jetzt haben Sie doch eben gesagt, dass wir mit der Azure CLI arbeiten und jetzt sprechen Sie von der Windows PowerShell. Ja, absolut, und zwar exakt die PowerShell ISC. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit der ISC auch arbeiten können, wenn Sie mit der Azure CLI eine Bereitstellung durchführen wollen. Lassen Sie uns gleich beginnen. Zuerst einmal, ich habe mich am Portal angemeldet mit AC Login. Der Cursor blinkt auf der Zeile 1. Wenn Sie diese Zeile aufrufen, dann wird der Browser gestartet und Sie müssen sich anmelden. Das habe ich bereits gemacht. Und wir sehen, die Anmeldung war erfolgreich. Wir sehen die Subscriptions. Aber jetzt möchte ich wissen, mit welcher Subscription arbeite ich denn in dieser Session. Dazu verwenden wir AC Account Show. Der Cursor blinkt auf der Zeile 3. Führe diese aus. Und jetzt erhalten wir die exakte Information. Aha, ich arbeite mit der Subscription Microsoft Azure Sponsorship. Das ist absolut nicht das, was ich will. Ich möchte die Subscription ändern. Aber ich möchte Ihnen noch etwas zeigen. Ich verwende AC Account List, Abstand, Minus, Minus, All. Ich rufe einmal nur diesen Teil auf. Dann erhalten wir wieder alle Subscriptions aufgelistet. Sie sehen, die Subscriptions werden aufgelistet. Aber wir sehen auch, dass das Format zum Lesen nicht unbedingt ideal ist. Wir haben hier ein sogenanntes JSON-Format. Darum verwende ich zusätzlich Minus, Minus Output Table. Dann erhalten wir eine schöne Ausgabe. Schauen wir uns das gemeinsam an. Ich setze den Cursor auf die Zeile 5. Führe diese aus. Und jetzt erhalten wir die Ausgabe im Tabellenformat. Aha, das sieht doch toll aus. Wir sehen vier Subscriptions. Wir sehen, dass beispielsweise die Microsoft Azure Sponsorship ist im Moment die Default Subscription. Und das möchte ich nun ändern. Das heisst, ich markiere mir nun den Namen der Subscription, mit der ich arbeiten möchte. Dann kopiere ich mir den Namen in die Zwischenablage. Und ersetze hier den entsprechenden Namen. Jetzt verwende ich AC Account Set, Abstand, Minus Minus Subscription und dann der Name der Subscription, Visual Studio Enterprise Abonnement. Genau mit dieser Subscription möchte ich arbeiten. Der Cursor blinkt auf der Zeile 7. Führe diese aus. Und jetzt wird der Fokus gesetzt auf die Subscription, Visual Studio Enterprise Abonnement. Und das können wir wieder überprüfen, indem wir mit AC Account Show arbeiten. Dann wird uns angezeigt, mit welcher Subscription wir arbeiten. Und wir sehen jetzt in der Tat, der Fokus ist jetzt gesetzt auf die Subscription Visual Studio Enterprise Abonnement. Gut, das Ziel ist es ja, dass wir einen Azure Key Vault bereitstellen. Wir brauchen zuerst eine Ressourcengruppe. Dazu verwenden wir AC Group Create, Abstand Minus Minus Name, My Resource Group ist der Name. Und dann im Kurzschreibformat Minus L für Location geben wir an WestEurope. Ich könnte hier auch Minus Minus Location hinschreiben. Das würde ebenfalls funktionieren. Der Cursor blinkt auf der Zeile 10. Führe diese aus und die Ressourcengruppe wird bereitgestellt. Als nächstes erstellen wir den Key Vault mit AC, Key Vault Create, Abstand Minus Minus Name. Der Name ist TW, KV. TW ist das Präfix, steht für Tom Wechsler. Wenn ich bei einem Kunde wäre, würde ich da das Kundenpräfix einsetzen. Dann KV steht für Key Vault und dann noch Demo 2020. Wir geben die Ressourcengruppe an, My Resource Group. Und jetzt sehen Sie, hier verwende ich die lange Schreibweise, Minus Minus Location West Europe. Der Cursor blinkt auf der Zeile 13. Führe diese aus und der Key Vault wird nun erstellt. Als nächstes möchte ich beispielhaft, oh nein, ich möchte im Moment noch gar nicht beispielhaft, weil der Name ist bereits verwendet worden von jemand anderem. Gibt es denn sowas? Also wir müssen einen eindeutigen Namen generieren. Darum verwende ich hier ganz einfach eine andere Zahlenkombination und zwar 1975. Und wenn Sie jetzt denken, das ist mein Jahrgang, dann haben Sie absolut recht. Also lassen Sie uns den Key Vault erstellen. Ich führe nochmals die Zeile 13 aus, damit der Key Vault erstellt werden kann. Also, Sie sehen, es braucht eindeutige Namen. Das Portal hilft uns dabei, in diesem Fall die PowerShell, dass wir eben einen Fehler nicht ignorieren, sondern genau hinschauen, damit wir den Fehler korrigieren können. Jetzt wird der Key Vault erstellt. Was jetzt ganz wichtig ist, ich muss nun den Namen in meinem Skript selbstverständlich dann überall anpassen, damit die weitere Bereitstellung dann auch funktioniert. Also, ich möchte ein Secret hinzufügen. Dazu verwenden wir azKeyVaultSecretSet. Dann geben wir mit "--VaultName den Namen von unserem Key Vault an und dann der Name von unserem Secret ist ExamplePassword und der Value, das wäre dann das entsprechende Passwort, geben wir ebenfalls mit. Ich setze den Cursor auf die Zeile 16, führe diese aus und jetzt wird dieses Secret dem Key Vault hinzugefügt und wir sehen auch unten den Value, also hier im Klartext unser Passwort. Jetzt können wir unser Secret anzeigen lassen, indem wir zuerst hier den Namen des Key Vaults anpassen bzw. ich werde Ihnen gleich sagen, wie wir mit einem Trick arbeiten können, um den Key Vault-Namen im gesamten Skript zu ersetzen. Aber lassen Sie uns zuerst noch einmal dieses Passwort im Klartext anzeigen mit azKeyVaultSecretShow Der Name vom Secret ist ExamplePassword und wir müssen den Namen vom Key Vault angeben tbkvdemo1975 Der Cursor bringt auf der Zeile 19, führe diese aus und jetzt erhalten wir unten im blauen Bildschirm das Passwort im Klartext. Jetzt werden wir zuerst einmal den Key Vault-Namen im gesamten Skript ersetzen. Dazu navigiere ich zu Bearbeiten und dann wähle ich im Skript Ersetzen aus und dann machen wir folgendes tbkvdemo2020 ersetzen wir durch diesen Wert und ich wähle alle Ersetzen aus, dann wähle ich Abbrechen und wir sehen im Hintergrund hat nun die PowerShell ISE den Namen über das gesamte Skript hinweg ersetzt. Sehr gut! Wenn wir jetzt beispielsweise alle unsere Secrets anzeigen möchten dann verwenden wir folgendes Ich habe da den Kommentar falsch geschrieben ich muss da schnell Secret hinschreiben So, damit wir alle unsere Secrets aufliessen können verwenden wir azKeyVaultSecretList und wir geben den Namen vom Key Vault an Der Cursor blinkt auf der Zeile 22 Führe diese aus und dann erhalten wir die Liste mit den Secrets, die in unserem Key Vault vorhanden sind und Sie sehen hier unser Secret mit dem Namen Jetzt geht es darum, dass ich bei diesem Key Vault eine Access Policy hinzufügen möchte Ich möchte, dass der James West die Möglichkeit hat, unser Secret zu lesen und aufzulesen Dazu verwenden wir azKeyVaultSetPolicy, dann den Namen von unserem Key Vault und dann das UPN von James West in unserem Fall jwestatomwexler.ch und dann minus minus Secret Permissions, Get und List Nur diese beiden Rechte soll James West erhalten Das ist eine Access Policy Der Cursor blinkt auf der Zeile 25 Führe diese aus und jetzt kann diese Policy erstellt werden Die Policy ist erstellt, wir erhalten unten die Ausgabe Wir werden dann gleich noch im Portal die entsprechende Überprüfung durchführen Und jetzt noch drei zusätzliche Optionen Wenn wir unseren Key Vault einsetzen wollen für Bereitstellungen, dann müssen wir diese Funktion einschalten Wenn wir unseren Key Vault einsetzen wollen für Disk Encryption, müssen wir diese Funktion einschalten Wenn wir unseren Key Vault für Bereitstellungen aus einem ARM-Template einsetzen wollen, müssen wir diese Funktion einschalten Und diese drei Funktionen sind hier in der Zeile 28, 31 und 34 Und es beginnt immer gleich, einfach der Unterschied liegt ganz am Schluss pro Linie Sie sehen hier, minus minus enabled for deployment true Minus minus enabled for disk encryption true Und minus minus enabled for template deployment true Das ist der einzige Unterschied Vorneweg beginnt immer alles gleich Mit AC Key Vault Update, der Name vom Key Vault, die Ressourcengruppe und den Rest haben wir gesehen Ich markiere die Zeile 28, führe diese aus Diese Funktion wird eingeschaltet Dann markiere ich die Zeile 31, um die zweite Funktion einzuschalten Diese Funktion wird nun eingeschaltet Eben zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Key Vault für Disk Encryption eingesetzt werden kann Und dann noch die letzte Funktion, Zeile 34, führe diese aus Und jetzt sind alle drei Funktionen eingeschaltet Gut, was haben wir denn gemacht? Das prüfen wir ganz kurz schnell im Portal Navigiere ins Portal, dann zu den Resource Groups Anschliessend zur Ressourcengruppe My Resource Group Darin enthalten unser Key Vault mit dem Namen TW KVDemo 1975 Wir haben unter anderem unserem Key Vault ein Secret hinzugefügt Das wird nun aufgelistet, Example Password Wir haben eine Access Policy konfiguriert Explizit für den James West Wir sehen hier den James West und wir sehen, dass der James West nur zwei Berechtigungen hat bei den Secret Permissions Genau die Berechtigung, die wir mitgegeben haben Get und List Er hat keine Berechtigung bei Key Permissions Und hat keine Berechtigung bei Certificate Permissions Das ist eine sogenannte Access Policy Und wir sehen hier die drei Funktionen, die nun verfügbar sind Das sind die letzten drei Linien, die wir eben miteinander abgearbeitet haben Das haben wir also alles mit der Azure CLI konfiguriert Wenn Sie sich jetzt nun fragen, muss ich das alles abtippen? Nein, ich werde Ihnen eine Datei zur Verfügung stellen auf GitHub Aber nicht ein PowerShell-Skript, sondern eine Textdatei mit der Endung .sh am Schluss Und wo finden Sie diese Textdatei? Ganz einfach auf GitHub Navigieren Sie zum GitHub-Portal Ganz einfach mit github.com Slash Tom Wechsler Anschliessend, wenn Sie den Tom Wechsler gefunden haben Dann navigieren Sie zu den Repositories Und anschliessend zum Repository Azure Cloud Shell In diesem Repository werde ich Ihnen das Skript zur Verfügung stellen Mit sämtlichen Befehlen, die wir gemeinsam in diesem Video verwendet haben In diesem Video verwendet haben Sie das Skript zur Verfügung stellen